äh, nicht genug Wasser habe, das sollte mir noch bekannt sein, das ist erst vor, äh, guten 60 Minuten gewesen. Ja, das ist eine gute Stunde her, schon fast. Ne, 30 Minuten ist es jetzt hinten, aber das ist eine gute Stunde her, stimmt. Ist jetzt schon wirklich eine gute Stunde her, wo ich das aufgenommen habe, wo ich gerade bei 30 Minuten bin. Ach Gott, ey. Und weh, diese Aufnahme scheißt wieder ab, ne, dann werde ich echt böse. Also dann werde ich richtig, richtig böse und, äh, dann kann's, dann kann mich das Programm erst mal richtig am Zeiger. Dann werde ich nur noch mit Fraps aufnehmen, auch wenn die Soundqualität da ein bisschen mieser sein wird, weil, mieser, uh, mieser Texture Pack. Nein, ein bisschen mieser von der Qualität her, weil jetzt alles wieder in Eins gepackt wird und du halt keine zweite Tonspur hast. So könntest du zum Beispiel auch die Sounds verändern, die können zum Beispiel jetzt auch mich verändern zum Roboter oder so eine Scheiße, das braucht man nicht wirklich, glaube ich. Das ist ein bisschen krank. Boah, jetzt kratzt mein Hals so sehr, ja, oh, Mann. Ich will jetzt auch keine Halsschmerztablette nehmen oder sowas. Das ist jetzt nicht nötig. Dann klinge ich auch ganz anders und, äh, lutsche euch eigentlich halt vor, ja, und das war zweitötig, aber ich lutsche Bonbons. Verstand, Bonbons. So. Wir sind gleich bei 35 Minuten. Jetzt schon die Hälfte. Ja, wir sind schon bei der, in etwa der Hälfte angekommen. Also ein bisschen mehr als die Hälfte schon. Nur noch, ich weiß nicht, in etwa noch, ja, nur noch in etwa 32 Minuten oder 31 Minuten noch und dann bin ich befreit davon. Wow. Erstmal bin ich dann befreit. So, jetzt sind wir bei 35 Minuten angekommen im Spiel. Okay. So. Ja, es ist halt unsynchron. Wie gesagt, ich schaue mir gerade diese Folge hier an. Und ich habe da, glaube ich, in etwa ein paar Sekunden Vorsprung. Ein paar Millisekunden oder so. Das ist halt der Unterschied, dass ich tatsächlich Sachen sehe und das dann, der Aufnahme für euch wird das früher sein, weil die Aufnahme selber ist eine Stunde und sechs Minuten lang. Und so lange muss ich jetzt auch den Sound aufnehmen. Und dann werde ich das genauso hinschnippeln, dass es genau passt und dadurch wird es ein bisschen unsynchron sein. Weil ich jetzt auch über Sachen rede, die gar nicht dazu passen. So, da verkleide ich die Dinger, glaube ich, gerade alle, oder? Ne, ich bin erstmal da wieder reingegangen, oder? Die mache ich auch schon richtig. Da fehlt mir gerade Cobblestone, aber wir haben noch Cobblestone. Ist doch ganz toll aus. Habe ich jetzt schon alle drei gemacht? Nie im Leben. Ich bin doch nicht alle vier, meine ich. Soweit war ich doch nie im Leben schon. Und jetzt habe ich bemerkt, das sah ein bisschen blöd aus. Ich habe das noch ein bisschen korrigiert. Und jetzt sehe ich schon wieder, dass ich dann fail gemacht habe. So, und jetzt müsste es normal aussehen. Ja, auf eindeutig. Oh, auch eindeutig, auf jeden Fall. Oh, ich wurde schon wieder angeschrieben von irgendwelchen Leuten. Ähm. Mäh, 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 mäh. Ich kann jetzt nicht antworten, meine Freunde. Ich schreibe irgendwelche Idioten immer an. Ich kenne die gar nicht. Skype und so, ich weiß es nicht genau. Och, Mann. Ähm, ähm, ich würde vielleicht auf den Laptop gucken, was die wollen. Aber ich habe jetzt keine Lust. Ich will jetzt lieber weiter kommentieren. Ob ich gerade Lust dazu. Vor allem dann schreiben mich Leute an. Die, äh, meine Skype-ID haben wollen, damit ich ihnen kurz helfe. Das mache ich dann natürlich auch. Und adde die dann sogar, wirklich, das mache ich wirklich, ähm. Wenn solche Hilfe geht. Und dann schreiben sie mich an. Äh, wer bist du? Ähm. Ähm. Ja. Ich werde den, glaube ich, gleich wieder entfernen, weil... Ich glaube, er braucht keine Hilfe. So. Ansonsten. Weiß ich nicht genau. Äh. Ja. Jetzt erst mal wieder gerade ein paar Millionen. Das wird auch, glaube ich, gar nicht mehr so unsynchron. Jetzt müssen wir, ja gut, ein oder zwei Sekunden im Vorsprung sein. Oder? Ich glaube schon. Eigentlich müssen... Oh, wir sind fast... Wir müssen jetzt fast synchron sein eigentlich. Fast. Aber nur fast. Sind wir schon mal... Vielleicht muss ich wieder ankündigen, dass Outer City am rumfassen war. Okay, weil ich will mal 40 Minuten sind, gleich. Oh Gott, meine Stimme wird schon richtig rau jetzt. Ist echt heftig. Und nach zwei Stunden kommentieren ist das echt wirklich dumm. Leider wirklich so, aber... Ich glaube, heute ist aufnehmen mit ZLB-Nikos erst abends möglich, also... Muss ich gleich erstmal ein bisschen entspannen davon. So, so noch ein bisschen was machen. Für die Schule auch. Ein bisschen informieren über ein Fach und so weiter. Und dann... Noch eine Arbeit schreiben. Morgen. Und dann bin ich erstmal durch bis zum 31. glaube ich. Dann habe ich ja schon Feuer ein bisschen bekommen. Dann habe ich zwei Tage Ferien und dann geht's wieder los. Das ist das letzte Jahr jetzt. Zehnte Klasse halt. Egal. Darüber ist jetzt nicht so wichtig zu wissen und so weiter. Dann geht's weiter auf die Berufsschule und so eine Scheiße. Ähm... Oh, das war ganz schön laut, ne? Ich weiß. Jetzt sind wir gleich bei 40 Minuten und die Musik hat aufgehört. Alles geht so weiter. Ich finde das aber auch irgendwie genial, dass man mein Mausklicken gar nicht hört. Ich weiß nicht, wie das manche Leute hinbekommen, aber man hört bei denen massiv dieses Mausklicken. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber man hört mal die Klick, 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 Klick und die Tastatur. Klack, 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 Klack. Bei mir ist es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe. Aber viele haben ihre Mausklickgeräusche in meinem Hintergrund. Ich höre jetzt immer nur andere Geräusche, immer noch durch diesen Mat-Tamos oder Matmos-Mod. Ab und vor, dazu könnte ich auch mal ein Tutorial langsam machen, nicht fauler Sack. Keine Sorge, ich komme nicht noch drum. Aber heute nicht mehr, glaube ich. Wenn erst später. Bzw. es geht eigentlich relativ schnell. Mal schauen, ob ich das noch mache. Ich suche mir gerade im Hintergrund zu der Musik, die gerade kommt. Die müsste... Oh ja. Das ist halt eher nicht so von der Musik. Das könnt ihr mir auch mal erzählen, was ihr so von der Musik haltet. Ob die passt oder nicht so. Ob ihr auch was Elektronisches haben wollt. Also wenn ich jetzt hier... Das kommt euch auch drauf an, dass die GEMA-frei ist. Und dass die Lizenz-frei ist. Ähm. Ja, GEMA-frei und Lizenz-frei ist eigentlich dasselbe, weil... Wenn da zum Beispiel Artisten sind, die bei der GEMA sind, kann es sein, dass das Video deswegen gesperrt wird oder so. Und das ist halt relativ blöd. Also wenn ihr Musik kennt, die wirklich GEMA-frei ist und... Ihr meint, ich soll die mal im Let's Play verwenden. Dann lasst die mir zukommen per PM. Mit einem Link. Und wir sind jetzt bei Minute 40 schon. Endlich. Wow. Nur noch 26 Minuten. Das schaffe ich auch noch. Und... Ja. Also alle, die jetzt gerade eingeschaltet haben... Ja, mein Minecraft ist abgeschissen. Äh. Mein Minecraft ist abgeschissen? Nein, natürlich nicht. Mein Order City ist genau nach der Aufnahme abgeschissen. Eine einstündige Soundaufnahme ist im Arsch. Ich hab sie nicht. Und das ist die Kacke dabei. Deswegen muss ich gerade nachsynchronisieren. Vielen Dank für Ihre... Vielen Dank für Ihr Verständnis. Bitte rufen Sie nochmal 21 Minuten an. Nein. Vielen Dank für euer Verständnis, dass ihr das versteht. Und so weiter. Es ist für mich auch blöd, zwei Stunden lang nochmal zu labern. Eine Stunde Feuer, nochmal eine Stunde. Ist halt blöd, aber... Was soll ich machen? Da sitzt man halt nicht drauf. Muss es halt... Muss man halt durchstehen dann. Und dann, äh... Ja. Ähm... Worüber könnte ich noch labern? Pfff... Ähm... 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 Ja, ich weiß gerade wohl gerade nicht früh, wo ich labern sollte. Oh, da hat gerade die Aufnahme ein bisschen gespastet und dann ist es weiter gegangen. Ich muss mal kurz meine Nase wieder putzen. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. So kann man natürlich auch ein bisschen Zeit schinden, aber leider nicht gewollt. So, es ist halt wieder eine freie Nase. Das nervt halt, wenn die läuft und man dann erzählen will. Naja. Es ist ja so, dass es nebenbei ein bisschen läuft und ihr seht hier halt alles. Auch wenn jetzt kein Kommentar wie dabei ist. Aber das finde ich gut, dass die Musik dann mit dabei läuft. Dann ist es so wie so ein stilles... Wie soll man das nennen? So ein stilles... Stummfernsehen eigentlich. Ja, es ist eigentlich Stummfernsehen. Also ich so Fekte einbaut, dass es so schwarz-weiß wird. Dann ist so ein uralter 18, so ein Film aus den 40ern oder sowas. So uralt, stinkalt. Stummfilm. Und dann fängt er an zu labern und die Musik im Hintergrund. Die kommt von den Nachbarn. Okay. So. Da sind wir gerade beim letzten Pisten. Und da überlege ich gerade, wie ich das mache. Ach nee, wir sind beim vorletzten sind wir da, glaube ich. Genau. Da brauche ich noch ein bisschen mehr Platz. Ist mir gerade aufgefallen. Ja, aber es sind zwei Sekunden unterschieden etwa. Das ist okay. So. Jetzt hauen wir gerade einen Haufen Erde weg da. Und mir gehen die Repeater immer mehr aus. So. Hm. Jetzt bin ich weitergegangen mit der Spitzhack. Und dann habe ich gemerkt, ich sollte lieber mal die Schaufel nehmen. Jetzt sind wir gleich beim vierten angekommen. Weil ich noch ein bisschen schaue, wo ich hier gerade bin gleich. Also jetzt kann ich mir immer mehr daran erinnern, was ich gemacht habe. Das war jetzt vor ca. Ja, eine gute Stunde. Ja, ich kann mich immer mehr daran erinnern, was das war. Weil, ja. Das ist halt so. Man erinnert sich halt dran. So. Es kommt gerade durch Stein. Und da gucke ich gerade... Warte, ich schluck auf. Tut mir leid. Entschuldige das bitte. Ähm. Und da gucken wir gerade mal, wo wir gerade rausgekommen sind. Wo wir gerade uns schon befinden. Ob wir in der Nähe sind. So eine Art Stichprobe. Und da sind wir schon richtig. Nur da ist halt viel zu viel Wasser. Und da muss ich noch ein bisschen improvisieren, dass das alles wegkommt. Und ganz stumpfes Piano. Jetzt bin ich doch für ein Nasenschneuzeln gegangen, oder? Weil ich habe gerade angehalten. Also ich bin ja noch da. Ich labere ja noch mit euch. Aber ich kann daneben einfach mal Nasenschneuzeln gehen. Das ist natürlich auch ganz toll.